Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute nicht alleine unterwegs, heute begleitet uns Rieslingheiger. Hallo. Wir sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs, da gehen wir den Brunnenweg in Esstal. Diese Tour hat etwa 15 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Ein Gemorgen, mir hätte noch einer mitgebracht. Gemorgen. Euer. Gemorgen. Mum. Tekst. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020